Wirtschaftshilfen, Finanzminister Blümel zu den aktuellen Zahlen und dem Ausfallsbonus. Corona-Lockerungen, Burgenland sperrt am Montag auf. Integrationsbarometer, Ministerin Raab zu den Entwicklungen. Corona-Impfstoffe, wir sprechen mit dem Infektiologen Herwig Kolleritsch. Kleiner U-Ausschuss. Opposition befragt Kurz zu den Coronavirus-Beschaffungen. Es ist Donnerstag, der 15. April. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei ORF3 aktuell.